weitergehen wird ewig schreien er hatte ich muss auch meine sachen kommen ich musste irgendwie an meine sachen kommen ich muss auch an meine sachen kommen da ist allen wichtigen scheiß drin ja nur bei dir ist das problem halt nicht so groß wie bei mir das müssen wir jetzt einmal zusammen machen meiner steht mittendrin ja das müssen wir jetzt einmal zusammen machen und dann ist gut das futtern wir das futtern war ich hatte den totem wenn der totem weg ist dann wird er wahrscheinlich nichts mehr spawnen oder ich würde mich gerade das könnte natürlich auch sein ich weiß es nicht ich konnte ihn abnehmen so ich muss genug ausdauer generieren damit ich einmal durchlaufen kann das wird anders wild herausfinden an welcher ecke das ding ist herausfinden da wo der berserker steht da ist mein grab stein genau genau hinter dem berserker und das wird und das wird wild jetzt ich lauf mal eben ne oder sind zwei beserker nur so ach so und mosquito ist auch da das ist ja jetzt wieder steine sammeln wir sammeln grab steine sehr schön ja bin ich ja alle hier hingehen da bin ich ja froh dass wir den knochenwand gelegt haben hier ist ein grabstein von mir hier sind drei gab steine von dir ja jede menge da ist noch einer aber ich muss ja erstmal hinkommen das ist ja das schlimme es kito weg hier ich sehe nix hier ist noch ein grabstein von dir so ich bin jetzt auf der anderen seite ja ich renne gerade genau in die richtung also gehe rein ich nehme hier auch ein paar mit ich bin tot das kito das kito das kito hast du keine chance ich muss erst mal essen machen irgendwas würstchen oder so irgendwann muss ich mir jetzt zusammen kochen also das funktioniert so nicht so nicht und der schamane schützt dann auch die des kitos den haben wir auch wieder unten reingeschmissen so das haben wir hier oh fuck oh fuck bist du tot ja da hänge ich wieder an irgendwas fest soll sich doch nicht aufhängen macht doch macht gar keinen sinn ja es ist wieder dunkel ich sehe wieder blind eine fermentiere will mich jetzt auch verarschen oder warum wir es nur noch fermentieren ja aber ich habe den leer gemacht und ich habe nur ein ding es willkommen ok wollte eben schlafen gehen zum gegner in der nähe bei mir nicht seltsame spielen manchmal schön ist der tote muss ja dann in meinem grab stein sein wer ist in deinem grabstein sehr schön ich weiß jetzt halt nicht ob die da jetzt noch neues bauen ob das ding da wichtig ist das weiß ich auch jetzt überspringen immer den berg wir haben da keinen bock drauf ne ne echt jetzt ich komme von hier oben nicht an meinen grabstein lang da sind es geht auch komme ich so ich will gucken ich will gucken komme ich doch im arsch dieses system hier komme ich doch irgendwie anders noch an mein grabstein dran also ich bin gerade an zwei des kitos vorbei gerannt das war der falsche grabstein das war der falsche das war der richtige die richtung ok es war der 22 aber ich habe den totem da komme ich irgendwie hin das ist das kleinste problem das funktioniert interessant habe ich irgendwie immunität gegen die fächer nein habe ich nicht ne oh ich bin tot was hältst du davon wenn wir uns irgendwann mal so eisenschilder machen ja das ist eine gute idee weil die müssen ja dann robuster sein kann sein wahrscheinlich ja ich bin schon am kochen wieso ein weltmeister ich schaue mal eben dass ich mein schick wieder kriegt ja ernsthaft jetzt äußerlich war oder äußerlich war oder aber wenn du irgendwann mal mir das ist doch kacke was hast du jetzt mit dem ich des kitos wieder los wo ist denn ein grabstein ja mitten in der ebene deine auch ja ja was ist denn da alles drin alles alles ja sehr schön doch der da ja der wo es wenn dran steht aua auch die Ich hab doch Blocken gedrückt. Da steht jetzt Tapper dran, ne? Wo ist meiner? Wie gesagt, da steht jetzt an deinen Sachen, steht jetzt Tapper dran. Ist jetzt mein Grabstein. Wie soll ich da hin rankommen? Ach, ich komme jetzt. Zu viel. Ja, ich bin doch schon auf Wehe. Ich bin tot. Das ist Also es gibt ein Problem bei diesem scheiß Leichenlauf dass der dann nicht schnallt Okay, du bist gerade überladen kannst trotzdem Alle möglichen Boni nur das nicht Das ist total bescheuert vor allem wenn da der der Gürtel drin ist dann sollte der eigentlich schnallen Okay, das kannst du kriegen So, komm her, komm her, du Dreck So, jetzt habe ich dich So, das Keto ist tot Kannst deine Sachen holen Und dann gucken wir dass wir zusammen deine Sachen kriegen Oh, meine sind Ich bin gerade fleißig Moltebären am sammeln Ich habe dein Schwert noch in der Hand hier Kannst du auch gerne wieder haben Da, bitteschön Brauchst alles nicht Danke sehr Wo haben wir deinen Grabstein? Da hinten auf der Insel Und jede Menge Kobolde Ernsthaft jetzt Dann gehe ich von der Seite Da ist aber wieder ein Death Keto, ne? Hast du noch Ein Kolben Ja, ich habe erstmal In Death Keto Weggemacht Ein Kolben Ja Ich habe Ja, meinen Kolben Dann gebe ich dir den Ja, bitte Ja, ist nur Wenn der Death Keto kommt Wenn du kannst Du bist im richtigen Moment Zuschlagen Weil hier schütten mich Auch noch einer rum Komm her Ja, warte, warte Ich kümmere mich drum Geh du deine Sachen holen Ich gehe auf den Death Keto zu Das heißt aber nicht Automatisch Das siehste Habe ich ihn erwischt? Es war Es war ein Patt Egal Ich habe ihn erwischt Dann ist die Hauptsache Pass auf Ich nehme die Sachen da raus Scheiße Dann brauchst du dich um den nicht kümmern Ich hätte gerne davon eine Aufnahme, ja? Ja, das machen wir als Short Ja, eben Wenn du noch mehr dran denken Ah, scheiße Ein glückliches Unentschieden Kann ich mir leben Aber wir haben auch nur Scheiße im Kopf Kann das sein? Wahnsinn Was dir aber auch direkt einen Sterne Kein Fähigkeitenabzug? Ich habe keinen Fähigkeitenabzug? Ja, du bist zu schnell hintereinander gestorben Ja, dann Geile Sache, danke Das ist quasi eine Art des Spiels, dir zu sagen Ey, du bist ganz schön kacke Ich bin ja nicht kacke Ich bin tot Was bist du? Tot Ernsthaft jetzt? Ja, ich bin an deinem Fugling gestorben Komm doch mal angerannt Oh, ich habe dann noch nichts mehr zu essen Ich muss wirklich essen Äh, da, 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 da Ach, der steht da hinten Ja, keine andere Wahl Müssen wir dran vorbei Aber das machen wir eben Vorbeirennen machen wir das Ja Ich habe mir extra gedacht Machen weg, dann hast du es einfacher Hat nicht geklappt Oh Mann, oh Mann, oh Mann Ich habe meine Sachen Du hast deine Sachen, okay Ich bin auf dem Weg zu meinen Kanalisiert die uralten Kräfte des Warghuls Okay Was kann ich denn jetzt damit machen? Keine Ahnung Werden wir nachher herausfinden Ich glaube, ich habe meine Sachen auch Ja, ich habe meine Sachen eben hier Fugling tot dem Ausmaß anwenden geht nicht Also anwenden kann ich den nicht Aber wenn wir schon mal hier sind Dahinten steht ja nur so ein schönes Heuschen Oh, komm doch erstmal mit dem Zeug nach Hause Ja, dafür müsste ich ja erstmal an den Scheißdingern da vorbeikommen Schwimm, mein Junge, schwimm 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 Hallo Ja, wo bist du denn? Hallo Wo bist du denn? Da bist du Vorsicht So, haben wir den schon mal weg Ja, komm Easy Welches Heuschen willst du denn? Da, komm mit, komm mit, komm mit Komm mal da, 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 komm mal da Ach, das da Ja Soll ich auch wieder so ein Dorfding Nee, sieht nicht so aus Da steht einer, steht davor Oder steht Da hinten ist doch schon wieder Also da hinten ist ein Feuer, oder? Nein, das sind Loxe Guck mal, das hat Meister, das bringt nichts Von hinten, von hinten, von hinten Alter, nein Der ist tot Ach, ja, ich auch Zumindest habe ich einen, zumindest habe ich einen erwischt Also muss da so eine Art Kriegsturm sein, glaube ich Ähm, ich würde vorschlagen, das Zeug zurückzuholen, machen wir beim nächsten Mal Also im nächsten Stream Weil jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, oder? Da hast du Angst Nein Ich gehe schlafen Gut, hier ist sowieso vorbei jetzt Gut, dann machen wir das Genau Richtig Dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal